Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Damned. Alle sind wieder mit dabei. Die Pandoria ist dabei, die Currywurst ist dabei, der Flo und der Tommi sind auch dabei. Und ich bin halt das Monster. Ja, jetzt geht's gleich los auf die Jagd. Ich hab schon mal ein bisschen Klopapier für euch noch kurz in den Chat gepostet. Sehr gut. So viel Klopapier. Oh Gott. Und der Dommi übt jetzt grausame Rache. Okay. Oh ja. Man tönte mich früher, ich will nicht wieder diese Kopfflashs haben. Du kommst als letzter dran. Oh Pandoria. Ganz langsam. Oh Gott. Oh ja, ich connecte gar nicht. Achso, ja, ich liebe mal die Lobby. Ach, wir kennen das ja schon. Ja, haben wir jetzt wieder rausgehen. Ja, Hafenbuchentreff ist ja auch noch ein Lobbyname. Random Scary Shit Kusebude. Und wir müssen aber in Dommi kackt vor Angst. Da wusste man doch nicht, dass das so ein Monster ist. Da bist du wieder. Kannst du jetzt wieder mitspielen. Ich hab ein Ladebischirm, jetzt wait for bla und jetzt muss ich Mia wählen und ich. Ja. Wo seid ihr? Wer ist das denn? Ich kann hier nicht weg irgendwie. Was machst du da? Ich laufe automatisch. Warum laufe ich hier automatisch? Ah, jetzt. Ich kann Licht anmachen, aber ich kann mich nicht bewegen. Du siehst, du guckst irgendwie voll verwundert. Ah, jetzt. Kommt hier in keine Tür rein. Kann nur seitlich laufen. Was strange ist das denn? Achso, das müsst ihr aber eigentlich gleich wieder gehen. Ne, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Das hab ich auch manchmal. Aber ich hab das eigentlich nur, wenn das Monster in der Nähe ist. Oh Gott. Hallo. Was ist nicht schon wieder los? Ich hab sie schon gesehen. Oh. Was ist das denn da? Ne, ne, ne. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Oh Mann ey. Warum? Scheiße. Was war da? War hier vorne. Bist du das Curry? Ich krieg das hier, ja, hier. Da, da, da. Okay. War hier. Oh Gott, das ist immer mit Schatten. Hä? Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Deinen Schatten. Wir müssen dringend in irgendein Zimmer. Leute, ihr wisst, dass sie kommt und zwar von hinten hinter mir her. Oh, tschüss. ich will gucken und ein oder ein aus dem weg aus dem weg heiß und fertig ich bleibe bei dir okay wir sind warte du bist bei mir total sicher ja ich weiß ich werde wir brauchen schlüssel ja ich weiß gerade nicht wo man nicht erst aber die hier was denn hier guck mal aber wir hatten die man die tür zu macht die tür zu ich kann nichts machen ich kann ja was ist da los bei euch ach du scheiße mit einem ding und mich hatte auch fast noch alter warum ist das immer so dass die immer direkt hinter uns spawnen alle wie kann das sein wie kann das sein ja viel ganz ehrlich der domi ist echt ein geborener der also guck mal wie alle da drin liegen dann hat er gerade gesabbert auf der facecam die geht ja leider nicht wer lebt denn jetzt gerade noch ja nur der flo nur noch ich ach du scheiße ja nur weil du die tür nicht zugemacht hast das war das war zu eng also der raum da musste man jetzt einfach mal eine pause machen und das wirken lassen das ist echt das ist echt eine schräge runde echt so ein triple kill habe ich glaube ich noch nie erlebt in der hand so da wo die fliegen fliegen der war da schon der war da schon ja in dem okay alles lang das ist jetzt dunkel auf einmal ich sehe nichts mehr okay wir sind bei dir wir können zwar nichts machen aber wir gucken dir zu ja wir kommentieren das live mann ich sterbe immer als erster in letzter zeit was denn da los weil du nicht genug klopapier dabei weil ich mal nur ja nicht die tür zugemacht hat die tür ging nicht zu du alter popelfresser du verdammt ey ich weiß nicht was ich machen soll du musst also erst noch Ruhe bewahren genau und meistens sind die schlüssel in einem der räume die hat schon mal auf jetzt bam teleposiert er sich gleich wieder davor ist nämlich echt so bitter gerade wie die immer plötzlich vor einem stehen ja ja das war ja gerade richtig assi ey der dumme wie der einfach nur bestimmte monate danach so rang der irgendwie ich muss einen cheat programmieren damit ich mich auf der stelle alle töten kann das was sie mir angetan haben werden sie bereuen mega wambo hyperaktapke von der hose da ja und er hatte dabei so rotes licht im gesicht vom und saß an dem laptop im dunkel und total scary ja genau und hinter ihm ganz groß war dann sein schatten nur voll voll lang gezogen da saß er da in seinem kämmerchen wieder dunkel hey da ist eine wand ja bei mir ist komplett dunkel ich verschanze mich kurz okay okay komplett dunkel also in der nächsten runde bleibe ich einfach immer im zimmer sitzen wenn es dunkel wird dann rede ich mal immer weiter so war dann wissen wir ja das ist eine sackgasse hier hinten und in den einen raum war wirklich gar nichts bei mir läuft meine figur bei nein ich mein auch nicht oh gott wenn du jetzt die tür zu machen kannst du dann dann verlasse ich sofort dieses spiel nein aber bei mir standest du ja in der tür deswegen ging das jetzt bin ich wieder schuld ja klar ja mit deinem fetten popo okay ich laufe dir nie wieder hinterher nur denk daran ich habe das jetzt auch fast alleine geschafft wir glauben an dich und dann und dummied wo bist du so fahrrad ist der lautlose keller nicht sagen ja ja denn es ist glaube ich habe alle türen aus kurzem einen rollstuhl gesehen bestimmt im krankenhaus rollstuhl okay ich habe alles hier ausprobiert das kann nicht sein du lügst dich selbst an ja wo ist offensichtlich oh gott und wieder komplett dunkel oh nein überleg gerade ähm es ging doch noch ähm es gab doch noch andere etagen auf der map oder ich weiß es gar nicht ich glaube auf der hier gibt es wirklich nur diese ganzen bäume oder ja boah arme die mich festhalten nein okay ja du wirst langsamer es ist aber noch keiner da zumindest hier haben wir keinen warte die arme gehen doch ich finde echt die die bilder schlimmer aber die sind ah da 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 ja ja sehr gut oh gott muss ich ja wieder alles ausprobieren ja oh boah boah was für ein lack ja oh gott Sicherheit ach scheiße sag mal ruhig ja pssst ah ah boah 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 ich hab sie noch weinen hören weil mit dem ton auch so boah alter ich krieg die krise äh äh Domi ist ja echt äh hu lag da eben in dem raum nicht auf dem nachttisch noch was? ich weiß es nicht ne hm oh boah die tür ist da auf ähm ja du hast zwei türen aufgemacht bro jo nice ah da kannst du also immer mehrere türen aufmachen jetzt raus und direkt nochmal rüber und kurz vorm ziel wird er am steg wird er getötet boah das war so krass letzte Folge hehehe oh gott in der batterie ja oder? ja dort 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 sonst nichts oh nein 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 NICHT! NICHT! ZU! Oh nein! Oh Gott! Boah! Und er hat aus... Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Hallo! 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 Oh, ii, ey! Oh, ii, ey! Oh Gott! Hallo? Die Taschenlampe nicht anmachen! Komm dir das Fenster! DONG! 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 Da! Ja! Schön fürs Thumbnail! Ja! DONG! 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 Ja, ich komm mit... Du hast da Blut aufm Kleid, Dummi! Renn mal raus jetzt! Er hat ja Wochen umgekehrt gehabt! Das ist von... Oh, ii! Lass nicht rein! Lass nicht rein! Lass nicht rein! Ey! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Boah, wie ging das denn? Ich dachte, das geht nicht! Das dachte ich auch! Mach der einfach die Tür auf mit seinem Kopf! Genau! Das ist die Formel! Das ist die Formel! Der muss einfach immer mit dem Kopf dagegen rennen! Was machst du denn jetzt? Boah, du bist doch verrückt! Ah! Was machst du? Äh! Boah! Das ist ein ziemlich kleines Areal, ne? Das ist schon mies! Ja, das ist aber gut! Aber voll viele Räume trotzdem! Heilige Scheiße! So habe ich mir die Folge nicht vorgestellt! Ja! Also ich finde sie super! Ich auch! Es macht voll Spaß dir im Stress-Modus zuzugucken! Ach ja! Ist das schön! Gemütlich! Huch! Gleich ist er im Rücken wieder vom Flo! Fänd es cool, wenn die sich auch manchmal in solche Räume rein teleportieren würde! Boah! Das wäre so übel! Okay! Hätte hier irgendwas? Ach, da unten ist eine Batterie! Oder? Nee! Nee! Ich glaube hier ist gar nichts! Nee, nee! Da ist nichts! Boah! Es ist wieder komplett dunkel! Okay! Ist sehr gut! Hier ist noch alles gut! Ja! Draußen ist noch alles gut! Boah! Schockgesicht! Achso! Dieses Schockgesicht ist echt übel! Sehr gut! Schnell kontrollieren! Weiter! Hier durchrascht! Sehr super! Sehr super! Sehr super! Wo bist du? Ey, voll viele Räume sind einfach nur... Verarsche! Ja! Oh Gott! Schlechtes Gefühl! Ich versuche gerade meinen Zuschauern so ein bisschen zu unterhalten! Kannst du? Oder was machst du? Äh, wir stecken mir lustige Sachen in den Mund! Was? Nein! Ich mach das nicht! Nein! Das hier ist das Walross hier! Das Walross? Walross, ja! Jetzt hab ich meine Stifte angesabbert! Ist auch schon wieder nichts, oder? Habt ihr was gesehen? Nee! Gut aus! Häng hier fest! Toll! Komm schon! Machen gegen diese Bekacken! Wir glauben an dich! Today... Äh, voll! Today voll? Today voll! My English! Very good! Yes! Tonight! Es ist dunkel! Dann immer langsam, langsam irgendwie drehen! Wo bist du? Dann können wir dir sagen, ob da jemand ist! Hey, das gibt's nicht! Hey, das gibt's nicht! Was? Oh, ich hab grad einen Taschen! Oh, oh! Das gibt's nicht! determinar! Heute geht's nicht sehr giedert! Jetzt hab' ich's noch durchgesehen! Oh, der Domino hatgerade ein bisschen Pech! Ja, wer so viel Glück hat ja am Anfang... Ja, den Triplekill, ey, das geht wirklich in die Geschichte ein wahrscheinlich! Ja, weil er hat's auch richtig krass durchgefunden. Ja, man hat vorher kaum gesprochen auch und dann auf einmal bam 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 drei Leute tot. Der lautlose Killer. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Da warst du schon drin, Tür ist schon auf. Sehr gut. Ja, Domi, ich glaube, der Flo könnte es sogar schaffen, er kommt hier sehr weit, ja. Ist bam. Ich hoffe, er schafft es. Räche uns alle, Flo, räche uns. Du musst fliehen und es der Welt erzählen, was hier drin passiert ist. Ja. Ja. Geht auf jeden Fall davon, was der Domi für schlimme Dinge gemacht hat. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Ja. Ja. Ja, ich auch. Und ich habe keinen Vogel zu Hause. Ich habe nur einen im Kopf. Nee, aber ich habe es auch gehört. Nein, er ist abgeschlossen. Was? Was? Da hat doch gerade jemand geschrieben, oder nicht? Bei dir? Da hat, die hat gerade da geschrien. Aber dann hast du ja den Modus voll verkackt. Gerade. War die da, oder was? Das sieht sich ziemlich schnell auf. Nee, nee, sie hat auf jeden Fall die Attacke gestartet. Oh. Oh. Ich dachte, die schreien hören, oder was? Was? Das wird er nicht sagen. Er spricht nicht. Er sagt nichts. Er ist sehr professionell, was das angeht. Das war es aber auch. Sag es ruhig. Der Domi nimmt das total ernst. Der ist das Monster. Er ist das wirklich. Tagtäglich erleben wir das. Oh. Oh, oh, oh. Aber jetzt können doch echt nicht mehr viele Schlüssel fehlen, ey. Du hast so viele schon. Oh, die Tür ist noch zu gewesen. Jawoll. Schon wieder? Ja, ich habe es auch gehört. So, als ob die Tür irgendwie nachts... Obwohl... Nee. Welt hat die... Welt hat seinen Charakter einfach nur so komische Sportschuhe an und... Das kann sein. Ist das wieder alles dunkel komplett? Dann bleibe ich lieber. Ja, komm. Alle schweigen, weil die Mary könnte uns hören. Oh Gott. Frick dich. Oh, oh. Stopp, 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 stopp. Ja, ich habe auf jeden Fall versucht, mir zu merken, wo die Räume... ...well sind. Hm. Die Größe nicht gerade. Boah, Alter. Das war so laut. Man muss dazu sagen, dass der Curry den Ton wirklich sehr laut auf den Ohren hat, damit er sich heute... ...mehr erschreckt. Ja. Boah. Da, so klar. Nein, 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 nein. Er hat ausgespielt. Boah, krass. Verdammt. Krass. Aber gut gespielt, ey. Aber echt schnell gespielt, ey. Domi. Ich wollte mich noch an der Ecke... Ihr habt jetzt gesehen. Ich wollte erst noch da stehen bleiben, weil ich wusste, dass er da kommt. Ja, ja. Oh man. Ja, das war... Das ist übrigens das, was ich währenddessen in den Chat geschrieben habe. Und das ich. Jetzt gibt's noch ein bisschen Klopapier. Und sauber machen. Ah, noch mehr Klopapier. So viel Klopapier. Huuu. Boah, gut gespielt, ey. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war eine schnelle Runde. Das waren 30 Minuten. Trippic, ey. Ohne Scheiß. Heftig. Heftig. Ja, schön war's. Und er hat seine Kache gekriegt. Genau. Ja, es war viel Glück dabei, aber es hat auf jeden Fall... Am Anfang ging es irgendwie schnell. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ja, auf jeden Fall, beim nächsten Mal sehen wir uns noch wieder. Ja. Und ähm... Auch da rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. 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 Ya, Fritty. Oh, gesprochen, ciao. Attentisch... Auf Wiedersehen. Au revoir. Wass geralmes клrijnauk sch�� Cong. Bye-bye. Bis dann! Hörst du mit französisch auf, das kann ich't sagen, ne ne. Bis dann. Das war gut. Okay, okay, das war ein Machtwort. Bis dann. Bis dann! Entschuldigung. Was soll das denn? Schön. Also ich habe jetzt aufgehört.